Warum machst du das? Wir haben ja jetzt unser Wasserbett, also jetzt ist eigentlich alles in Ordnung. Dieses Reich braucht mich. Ja. Ja, das kennen wir danach so. Verbleibung. Holzen, ne? Äh, ne? Äh, ne, schlubb. Möje, ja, net, ne. Ja, sorry. Ja, möje, bin ich nicht, oder? Ja, oder? Ja, oder? Möje, das sind dann halt, oder? Also, ja, man. Oder? Ja, das ist dann halt, 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 oder? Ja, das ist dann halt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 wäre jetzt ich oder was aller die keep steht noch ich wäre verrückt die nacht bricht in 30 sekunden herein ich wusste wir schaffen das um verflucht zu sein und los geht's Okay. 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 Defendst du jetzt die zwei Steinwerfer oder was? Ja. Ja, nicht. Nein. Gut. Manchmal vermisse ich Chaldeum ziemlich. Anscheinend habt ihr eine weitere Nacht überlebt. Erbaulich. Euer Gegner hat ein Ungeheuer gezüchtet. Interessant. Wenn es leicht wäre, würde ich alle tun. Okay. Ok. Vielleicht muss ich deswegen nochmal etwas überlegen. Ich frage die Treppe. Ich bin da noch mit der Treppe. Ich bin da genau dabei. Ich bin mit dem wirklich der Treppe. Ich bin bei der Treppe. E fahre ich. Ich bin ein Überlegter. Ich bin ein Zeichen. Ich bin ausgestrahlt. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich würde mich freuen, euch erneut zu begrüßen. Was genau? 300 Gold und Platz für Neidehli. Jawohl, Beine hat das auch schon gut gemacht. Beine hat das auch schon gut gemacht. Beine hat das auch schon gut gemacht. Beine hat das auch schon gut gemacht.